Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir etwas, was ich schon seit Monaten machen wollte, nämlich das beste Assassin's Creed der gesamten Spielereihe Ranken. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben da auch einen kleinen Special Guest, der uns dabei geholfen hat, der alle Spiele schon gespielt hat und am besten beurteilen kann und lange Fan ist, was denn das Beste ist. Und den schauen wir uns heute an. Auf meinem Kanal bekommt ihr nicht nur solche Videos wie heute, sondern auch noch Guides, News und Lore, wie zum Beispiel auch die Videos zu den ISO-Rätseln. Dementsprechend lasst gerne ein Abo da. Aber was meine ich eigentlich? Wieso spreche ich so in Rätseln? Natürlich rede ich von einer kleinen Reaction, denn JV hat gestern ein, also heute vor sechs Stunden, ein kleines Video rausgehauen, wo er alle AC-Games gerankt hat. Und da würde ich mal sagen, rein in die gute Olga und legen wir los. Machen wir mal ernst, entspannt, schatten wir mal rein in die gute Stube und gucken wir mal, was der gute JV zu sagen hat. Eines, zwei, Brotherhood habe ich alle gespielt. Alle gespielt bis, und das würde ich gleich sagen, glaube ich, die Chronicles-Teils. Die habe ich nicht gespielt. Ich habe Played Liberation und Freedom Cry, aber es fühlt sich nicht fair zu ranken hier, weil sie sind zu klein in scope zu begegeben, zu den resten. Ich habe nicht tatsächlich Played die Chronicles-Games, also vielleicht habe ich nicht all die Gäste in die Serie, aber wenn ich nicht, ich würde sie hier nicht ranken hier, für das sehr Grunde genommen. Bevor er sein erstes Game rausballert, ich glaube, sein erstes Game wird Unity sein, also das letzte, und danach kommt Valhalla. Glaube ich. Ich finde, JV ist ein guter, guter, guter Typ, und ich finde, er setzt da sehr viel Zeit drin, in die ganzen Reviews, steckt da sehr viel Zeit drin. Ja, ist einfach sehr detailliert, feiere ich. Na klar ist das Video gesponsert, deswegen werden wir erstmal ganz schön vorspulen hier. Ah ja. Und ich hatte es auch schon vermutet, das war no joke. Ja, ich mache mal so. Ja. Und Werbung, na man kennt ihn, sehr schön. Machen wir das auch mal ganz kurz raus hier. Es ist sehr schwer für mich, zu geben Valhalla credit. Wenn ich mich über was, was ich für diese Spiele aus diesen Spielen, Valhalla einfach nicht tickt viele Boxen für mich. Es fühlt sich wie es für die Lowest Common Denominator, für die Widerste Audience possible, und für Leute, die wahrscheinlich nicht sogar noch nicht zu Ende. Es ist auf die Ultimate Viking Experience, aber ich kann nicht sagen, es macht einen guten Job an das. Wir sind sehr weit über die Punkt von Assassin's Creed, auf die Assassin. Ja, er hat eine sehr gute Review dazu gemacht, und da möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Aber das ist, was ich auch kritisiert habe. Man kann halt wirklich einfach nicht in Eivor reinschauen. Ich finde, man versteht nicht seine Motivation. Und was krass war, die Discovery Tour, Torstein, war so viel besser, der Charakter, fand ich. Also, er wird es ja vielleicht erzählen. Ja, da muss ich aber sagen, also den Kampfmodus, ja, wie der Kampf aufgebaut ist. Ja, den finde ich eigentlich ganz cool, dass man, ja, natürlich nicht so harten Kämpfe hat, wie in Origins zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, klar. Aber ich finde es okay, also es macht Spaß. Ich bin nicht so clouded by my own bias that I can't see the good qualities. Valhalla is a fun game in the way that a lot of games out there are fun. I'm sure I could boot it up right now and go on a raid. I could do a side mission or uncover more of the massive map. But I know that I just feel weary very soon after. Any attempt to dig beyond the surface just leaves me disappointed. Valhalla's best quality is its visuals. Ja, visuals und ich muss auch sagen, die ganzen Informationen, die man in dieser wunderschönen und riesigen Welt findet, das ist wirklich die Stärke von Valhalla. Ja, wie viel Tiefe eigentlich da drinsteckt in dieser Open World, das ist wirklich die größte Stärke von Valhalla. Jetzt mal die Discovery Tour ausgenommen. Hm, interessant. Unity. Oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe es nur im Let's Play geschaut. Und da muss ich ehrlich sagen, ich fand die Story unglaublich geil. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Aber ich fand die Story mega. The smaller, shorter experience that doesn't have the time to fully explore all of the themes that it tries to tackle. Shay being a Templar is obviously unique and interesting. For the seventh game in seven years, that was a welcome change. But at the end of the day, it doesn't take the time to dive deeper into its systems as much as it should have. It's just hard for me to look at Rogue as more than a sequel to Black Flag and a subversion of expectations instead of a game that stands on its own two feet. Luckily, it did come at a time when the AC formula was really fun. This game is very much a Black Flag sequel. In fact, it's Black Flag on Ice. I like Black Flag a lot. I would love to have Black Flag on Ice, please. So there's little doubt in my mind that, of course, this is a game I like too. And the insight it gives us into Haytham Kenway, one of the coolest characters in this series, plus that tie-in to Unity, make this something that I think is worthy of praise. Yeah, that's I think I also think, right? Also, um to spoil it, I really think that the connection that this part with the others, also with Assassin's Creed 3 and with Unity makes it just fun to really play the game. And at the end of the day, it's just like, oh, wow. Okay. Holy moly, alter JV, du hast da schon viel Werbung reingeklatscht hier. Naja, ne? Das Haus zahlt sich ja nicht von alleine. Number 10, Assassin's Creed Odyssey. This is the most controversial game in a controversial series, by far. Some people would put this at the very bottom of their list, based on principle alone, because they don't think it deserves the Assassin's Creed title. I am not one of those people, because as you guys have seen, I can give this game credit. I think Odyssey is a really well-made video game, and while it totally upends the AC formula in a way that's tough to swallow, it has a genuine fun factor that I love. The setting in Ancient Greece is still so captivating. I mean, you're sailing around the Mediterranean as a mercenary for hire. That's not exactly Assassin's Creed material, I know that, but I can't deny how compelling that is for a video game. For me, though, this goes a bit too far outside of the box. The constant search for loot, the massive stretches of map, the general light-hearted and goofy tone, those are big turn-offs for me. Cassandra is a great character. She's so expressive, and I love her emotion, but a lot of her more serious moments, they don't pay off for me because of the writing and the tone. You guys know, I'm an edgelord, man. I want my protagonists to be serious and brooding, so the overall flavor of this AC is not for me. The combat is flashy, and it's nice to look at, but it feels a tad bit too floaty and magical for my taste. No matter how much some of us hate to hear it, Assassin's Creed Odyssey is an Assassin's Creed game. It is, but it's an evolution that leaves behind a bit too much. And it doesn't replace it with anything that I prefer. Ja, also ich fand der Body Sea auch, das größte Problem war tatsächlich diese riesige Welt und die Story, die sich so elendlang gezogen hat. Das fand ich so unglaublich. Ich hab das immer verglichen mit dem Glas Wasser, wo man zu wenig Sirup reingemacht hat, der dann einfach nicht geschmeckt hat. Also das Glas Wasser mit Geschmack war dann einfach zu fade. Ja, war zu wenig Süße drin, sag ich mal. Ja, zu wenig Dichte. Es war eher so wie ein Nur-Glas-Wasser. Nee, natürlich nicht. Da waren auch schöne Teile da, natürlich. Schöne, schöne, schöne Elemente. Und der Kampf, der war natürlich auch, ich fand das Kampfsystem echt auch klasse, was er angesprochen hat, so ein bisschen Fantasy-mäßig. Natürlich, aber irgendwie hat es auch frische reingebracht. Und das Setting war auch gut, aber die Story war, ich muss ehrlich sagen, also war natürlich besser als die Valhalla-Main-Story. Ich finde aber auch sehr fade und hat sich sehr, sehr lang gezogen. Aber trotzdem ein schönes Game. Nummer 9. Assassin's Creed Syndicate. Ja, das würde ich auch sagen. Also das Spiel hat wirklich Grundideen oder hat die Grundideen von vielen älteren AC-Teilen beibehalten. Ja, vor allem die neuen Mechanics sind geil. Auch das Setting, dieses düstere London, das kommt richtig gut rüber. Ich muss aber sagen, es hat mich jetzt nicht so gecatcht, ne? Ich hätte es niedriger platziert. Ich denke mal so auf den vorletzten Platz von 12. Aber was habt ihr denn dazu zu sagen? Schreibt mir doch mal eure Meinung, euer Ranking vielleicht, ja, von diesen 12 Teilen. Können wir mal ganz easy peasy so machen. Eure 12 Rankings könnt ihr mal unten hier in die Kommentare schreiben. Ähm, da können wir mal vergleichen, wer dann in der Masse gewonnen hat. Für die most part. This is also a Quebec game, which means it's super, super polished. That said, the Fry Twins are probably my least favorite protagonists across the series. I find it so, so hard to believe that these two idiots are assassins. The sing-songy tone is a big turnoff for me, too. It undermines the more serious moments, just like Odyssey. The Rope Launcher, while it does get rid of a lot of the parkour you would be doing in the world, is super fun to use. And Big... Hat mich immer an Batman erinnert. Also, ja, es hat mich dauerhaft an Batman erinnert. Aber es ist cool. Setpiece Moments, like Crossing the Tims, are incredible. The world is visually stunning and the environment is bursting with ambient animation that impresses to this day. Quebec, while I don't like some of their writing, I did like the side characters. The cast is genuinely interesting, and it's fun to see how many historical names they could fit into the game. Luckily, most of the gameplay systems are still in the old mold of the series, and they borrow a lot from Unity. This is a genuine city game, and London is great. Unfortunately, they decided to take the parkour system from Unity and just gut it, man. I mean, I know that was a tough system to wrangle, but once you figured it out, it worked like a dream. The decision to hamstring free-running for a more streamlined system, it feels like a mistake. Stealth feels incredible, and while the combat is questionable, I love how I can play as an assassin, even though I don't believe in my character being one. The map is a bit too carved out for consumption for me, for my taste, with activities that are fun so long as you forget that you're doing them to fill a progress bar. Syndicate is the ultimate mixed bag. It's full of things that I really like and things that I really don't like. But overall, it's a great video game, but it gets bumped down my list because of how incredible the other ones are. I think so a bit, before the third Werbung now comes, after 10 minutes, holy moly, I think it's so important. Also, the setting is cool. I, 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 I have to say it already, in London, but I think this, this part in the entire series is just so important. Number eight. Assassin's Creed. Man, I want to put this game at the top of this list based on principle alone. If I look at AC1 in a vacuum, I can't help but give it all the praise in the world. It's such a unique video game that feels like it wasn't made with any sort of marketing research or metrics designed to sell the experience to the largest group of people, otherwise known as the way the games are made now. It's not trying to wow you with the setting. It's not filled with side activities. Everything that exists here serves the identity of the game. A bartender is kidnapped and forced into this creepy machine to relive his ancestors' memories. From there, you're plunged into a whole new world where everything you thought you knew is a lie. There are shadowy organizations fighting for the fate of the world, and you're caught in the middle. It's almost more sci-fi than action adventure. You're introduced to the series' first assassin, Altair. He wields a single hidden blade like an instrument of justice, doling out swift and brutal assassinations while wearing his signature white assassin robes. His transformation from brash young recruit to savior of the brotherhood is quick but satisfying. When he tells you, when he tells you, when he describes this game, he feels like I really like it to play it. And I really like it to play it and I really like it to have a real love for an AC1 remake. Probably with a shop in it. And that's so sad. There is still another video, what I'm going to do or where I'm going to react to it, what the issue of Micro Transactions is concerned about. Ach yeah, the good old time. But of course, yeah, you have to have some compromises to create. It's a big issue, of course, of course. But why couldn't games not just just story driven be like AC1? The mission structure in this game gets called out for repetition, but not only is that unfair, it's actually a dumb point to make, considering what we do in the modern games. The fact is, it simply doesn't stick around long enough to feel repetitive. You're bouncing from city to city, doing similar things, but never for too long. And everything you're doing serves the main mission. You're investigating your targets. In a microcosm, sure, maybe if you take a magnifying glass, it's repetitive. But dude, doing the same stuff in Valhalla for like 10 hours is way more repetitive to me. The original game doesn't waste my time. It focuses on modern day more than any other game. And my God, it's just unapologetically authentic. I love AC1. It should be ranked higher, but outside of the vacuum, it feels too much like a product of its time for me to pump it higher. The controls can feel stiff and... Yeah, man, it's so angered, jedes Mal, wenn ich das gespielt habe. Oh, ich hab mich so aufgeregt, wenn Alter, ihr nicht dahin geklettert ist, wo ich hinspringen wollte. ...is where the original Assassin's Fantasy started. It's hard to argue that it wasn't improved on very shortly after. If Assassin's Creed stopped right here, it would be one hell of a one-off game. Number seven, Assassin's Creed 3. Okay. This should totally be higher. And it would be, if not, for how amazing the next six games are. AC3 has a special place in my heart. It came out when I was in high school studying American history. You can't make this stuff up. I loved experiencing that in this game. And I think it weaves the Assassin's Templars' conflict within historical events better than most of the games in the series. But I also loved the philosophical debates and the father's... Ich fand es so geil. Sorry, ich muss grad... Ich fand es so nice. Einfach diese Elemente mit der Natur. Dann konnten wir auf einmal bei Bäumen, also auf Bäume klettern. Dann vor allem auch noch diese Promophase mit Imagine Dragons und diesem Song Radioactive und dann... Geil, also diese Promophase war einfach genial damals. Und ja, es war auch zu meiner Schulzeit, glaube ich, damals. Sun Dynamic between Conor and Hatham. You get so many incredible moments, like this rooftop scene, where Hatham made all of us question, whether the Assassins were really the good guys. And then you had that classic reveal, where it's like you're playing as Hatham, but oh my gosh, he's actually a Templar. It's a little rickety technically. And the cutscenes just didn't age very well. The pacing is definitely off too. But the combat was brilliant. Some of the best combat animations of the entire series comes from this game. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Video gesehen habe, wo sie mit so einem Kampflehrer ein Interview geführt haben, der gerade erklärt hat, wie man mit einer Axt kämpfen kann oder wie man Leute zur damaligen Zeit entwaffnen könnte oder gemacht hat mit den Engländern und den roten Uniformen. Das war ein wirklich einfacher Combat. Du konntest mehrere Kettentötungen durchführen. Du hast natürlich jetzt nicht dieses, sag ich mal in Anführungsstrichen, schwerere. Es war einfach immer cinematisch, der Kampf. Immer jeder Kampf war so ein bisschen cinematisch und es hat richtig Spaß gemacht, weil du wusstest, du wirst die, in den meisten Fällen zumindest, eh komplett fertig machen. Like Ezio oder Edward, but I respect his determination and his grit and his willpower. AC3 also has a criminally underrated helping of side content in the form of homestead missions. It's still some of the best spent time in this game, recruiting different patriots for the cause and supporting them on Connor's land. I also love that this game introduced the first physically imposing assassin. Connor is a guy on the street that you would not mess with. He's a brute force of nature. He towers over most enemies and fights in a style that makes you weigh him against the likes of Ezio. And that axe, it's so cool and iconic. And it doesn't rival the hidden blade, but surely it makes its own mark in the series. Und was ich auch geil fand, war die Siedlung, die man hatte. Man hatte so eine schöne Siedlung, die war so versteckt. Man hatte so, ja, so freisuchende Menschen. So ein französischer Minenarbeiter, glaube ich. Dann so ein Pelztyp. Dann so ein Pärchen, was da hingezogen ist, glaube ich. Das war auch geil. Vor allem dann kombiniert mit der Jagd oder mit der Jagdfähigkeit, die man hatte. Dann kommt man da Pelze sammeln und so. Das war schon geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Platz 6. Ah! Ah, das stimmt. Ey, wenn ich so daran denke, ich will sofort zocken. Ich will erst sofort zocken. Das war schon ganz anders. Es war schon ganz anders. Das war schon wieder in full force. Und es ist auch sehr, besonders der Endeffektion. Aber jetzt die historische Seite fühlt sich das action-packt B-movie romp. Und das war die Richtung, weil es so viel besser ist. Und es hat sich wirklich geändert, wo die Serie ist jetzt. Wie eine gute Sequel, AC2 took die cool Weapon von der ersten Spiel und gab es eine zweite Spiel. Duell Hidden Blades, das ist so damn cool. Same with The Gun. It was amazing to meet all of Ezio's family, to witness his origin story, and follow his 20-year revenge journey to becoming an absolute badass. The only reason this isn't higher on my list is I prefer the older Ezio. I love an origin story as much as the next guy, but the sequels, they really flesh out this character in ways that I find more satisfying. That said, this is where the swashbuckling, era-forward flavor of the series began. And it does a really great job, even to this day. It has fantastic characters that are unforgettable. Settings like Florence, Venice and Rome, they're just delightful. And above all else, this is just a fun video game in ways that games should be fun. The pacing is nonstop, never slows down to a lull or a crawl, and yeah, it's still fun to play to this day. Ja, ich finde auch Ezio, ich werde wahrscheinlich eh nochmal zu jedem Game auch eine Review machen, aber ich finde, der zweite Teil, man erlebt einfach, wie unperfekt Ezio ist und wir verstehen ihn einfach komplett und wachsen halt mit ihm. Das ist ja, ich verstehe auch JV, der sagt, dass natürlich die anderen Teile reifer sind, würde ich jetzt mal sagen. Und wir erleben den reiferen Ezio, der aber auch noch seine Ecken und Kanten hat, aber auch dann viel selbstbewusster ist und dementsprechend auch vom Charakter her viel selbstbewusster dargestellt wird. Nummer 5, Assassin's Creed Revelations. Okay. This is definitely the biggest surprise so far. So many lists put revelations near the bottom for being just another sequel or a coward. Nee, 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 nee. Ich hätte das auf Platz 3 oder 4 getan tatsächlich sogar. This game does for Desmond, Ezio, and Altair. The trifecta. To tie these three characters that I grew to love over many years together, it's just magical. Almost like the first game, it feels like Revelations was not made purely out of marketing metrics. It was made for fans of Ezio, of Assassin's Creed 2 and Brotherhood. It was made for people who love Ezio enough to play him as an old man in a destination that isn't as exciting as Italy. That said, I love Constantinople. It's super unique when you look at the entire series and the dynamic between the Janissaries and the Assassins. It's all really cool stuff. I also love getting to play as mentor Ezio. Sure, he's got a white beard. He's a little bit older, but the way you get to take your Brotherhood members on missions and actually see them grow and evolve into fully fledged Assassins, that was a brilliant way to flesh out the mentor Assassin fantasy. In general, I just love a more mature character. I love the writing in this game and how it doesn't rely on a cartoonish supervillain. I think, if you're so old like me, or if you're so middle 20, 30 years old, I think, you need to be a young character, who also stößt as an old man, who is not quite as old as it was before, who is also a mentor and is also a way to give his knowledge, but who always learns in a new town like Constantinople. Und ich glaube, das ist halt der knackende Punkt. Ich glaube, wenn ich das jetzt mal spielen würde, dann würde ich sagen, dass AC Revelations mein vielleicht Lieblingsteil von dieser Trilogie ist. Ezio is wise, not only beyond his age, but beyond his own comprehension. That ending scene in the library in Masjaf between Desmond, Ezio, and Altair, it's so special. I'm not afraid to admit that I have a total underdog complex, like I root for the underdogs all the time when I can, but Revelations is a gem to me, and it shines brightly enough that it deserves to be this high in the rankings. Number four, Assassin's Creed Origins. This right here, guys, this game, this is the reboot game that still feels like Assassin's Creed to me. It still has some connective thread that links back to the older games, but it's also new. So much is new in this game, and guess what? It actually works. I love Bayek. I really connect with him as a character. Ich glaube nach Desmond und Ezio der beste Character, den Assassin's Creed hatte. Oh, was habe ich jetzt gemacht? The choice to not go for dialogue options gives him a better sense of self. You can tell the narrative team and the animation teams. They spent so much time developing his character, just watching him perform on screen. He is incredible. It's a shame what happened with Aya, but I can't help but still love both of these characters. Outside of Adewale and Edward, I think they might be the best main character duo to appear in the same game together. The setting in Ancient Egypt is just fascinating to me in a way that feels new, genuinely new, but also feels very Assassin's Creed. Maybe it's the Middle Eastern vibe because that was also sort of the setting for AC1. It still feels like I'm playing as an Assassin in Origins, but that experience is stretched across a vast world that is incredible to explore. My goodness. The fantasy of exploring Ancient Egypt, it's something about it. It's just got this magic sauce for me. Also, I love this combat. Again, it definitely feels looser and different compared to the older games because of the hitbox system, but it's an RPG combat system that still feels deadly. I'm not wailing on enemies for five days to kill them. My only real gripe with Origins is the looting. It's just not that fun to find incrementally better pieces of gear. Ja, und das fand ich auch. Also, da hat's angefangen ja mit diesen Seltenheitsstufen. Ja, Schmutz. Because it disrupts the flow of gameplay. I've got to dive into a menu to equip something that's, you know, slightly better. And the level gating is insane in this game. So you're kind of forced to go through this looting gameplay loop and rinse and repeat it every 10 minutes. If you don't like the open world RPG games, you might see this as the beginning of the end for Assassin's Creed. But I choose to see it as an evolution that genuinely works on its own. It is on its own little island as a reboot game that really works for an old school fan like me. So, it's just a mystical, wonderful game. Ja, und auch im Vergleich, geiler Schott übrigens, und auch im Vergleich zu Eivor, ja, hat der Charakter natürlich, klar, dieser Klassiker, die Rache, hat der Charakter viel mehr, du verstehst ihn viel besser, du hast viel mehr Verständnis, du kannst dich in die Person, oder in Bayek in dem Fall, hineinversetzen. Und wenn man vor allen Dingen auch noch vielleicht das Buch dazu liest, die Vorgeschichte von Bayek, ist ja umso besser. Es gibt auch ein Buch, ein Comic zu Arya, habe ich auch hier, kann ich euch mal später zeigen. Da macht es noch unglaublich viel, viel mehr Sinn. Ich hätte es, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, ich hätte Origins auf die 5 oder 6 geplatziert. Ist natürlich, ist es wirklich nett und es ist ein guter Reboot, gerade nach Unity, muss man ehrlich sagen. Warte mal, Unity kommt auch noch und ich glaube, das kommt danach. Mal gucken, was jetzt kommt. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, Freunde, lasst mir doch gerne mal einen Dränger-Daumen nach oben da, da würde ich mich freuen und vor allen Dingen auch JV, ja, wenn ihr möchtet, schaut auch gerne sein Video, an, wenn ihr ihm da selber unter seinem Video Feedback geben möchtet. Lass uns aber jetzt weiterschauen und gucken, was wir bei der Nummer 3 sehen. Ja. What? Wirklich? Okay. Das ist komisch. Okay, ich dachte ehrlich, um ehrlich zu sein, nach der Review von JV, dass es auf Platz 1 landet. Oha, ich glaube, dann wird es Unity werden auf Platz 1. Hä, was kommt denn jetzt noch? Brotherhood kommt noch und Unity. Okay, würde ich sagen, Brotherhood auf 1, Unity auf 2. We don't get to choose what we love. And Black Flag is unforgettable. In 2021, for me, it represents what Valhalla tries to do and fails at, which is to balance two different fantasies. Edward feels like a pirate, but he also feels like an assassin. And that delicate balance is so hard to strike and they just nailed it in this game. Edward has his own agency. His story takes you all over an interesting, culturally diverse world. Sometimes it sends you barreling on a straightforward path and others you're meandering across the Caribbean. You're meeting so many wonderful characters. Adewale, Mary, Anne Bonny, the list goes on. The story has some down moments but the fall from glory only makes the rise so much more satisfying. And the ending, guys, it's so powerful that it produces emotions from me that I can't watch the cutscenes without tearing up. That's how you know a game is special to you. On the gameplay side of things, it presents some completely new ideas that are compelling in their own right. Combat is janky. That's probably one of the lowest points for Black Flag for me, but it's still fun. This is an Assassin's Creed game, but in a lot of ways it's a Black Flag game. And what I mean is sailing in a boat across oceans as a pirate that just shouldn't work for Assassin's Creed but it does. This is the first AC game where I caught myself exploring the open world for fun. No objectives, no sense of directions, just, oh, what's that island over there? This sailing thing is fun. Let's keep sailing. I found out also the balance, the they had incredibly good, but he had it much better as I could do it. And also the new Fähigkeiten, that with the ship, that with the tauchen, this Hispanic setting just this tropical setting mega, mega interesting. The only thing, what I mean, that was 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 so was from unnötig. Oh, Shanties auch Klassiker. Also da höre ich heute noch ein paar von. One of the very best AC games to this day. Number two, Assassin's Creed Unity. All right. If you need a moment, if you need to step away from the video, I understand. Yeah, I know. I get it. This is a big surprise. And hey, it may even be upsetting for some of you. There might be some tears out there. I guarantee I'll have comments telling me how wrong this is. But damn, if it doesn't feel so right. For so long, the narrative has been this game could have been so good if it was given more time. But I think that does so much to diminish what is still here. What came out. This is the most ambitious Assassin's Creed game. This is the modern vision for the franchise. Realized before it was changed forever. It does require some patience. And yeah, it's still buggy. There are at least five other main characters I like more than Arnaud. But once you navigate the issues and actually look at what's here, you find a game that looks and feels incredible. It takes the DNA of what came before and pushes it further in ways that are true to the identity of this series. It doesn't rewrite the DNA. It sticks to the path. When I look at the parkour, the settings, the activities, the general game feel of unity. This game is close to being the best Assassin's Creed has ever been. Yeah, finde ich auch. Was die Immersion angeht, die Technik mit den ganzen Menschen, die Umgebung, die Welt, Paris, das alles macht das Spiel sehr geil. Die Klettermechanik, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, grauend voll. Story-technisch, Connection zu den Assassinen, ja, ist okay. Also, da habe ich jetzt nicht so den übelsten Flash bekommen. Aber Open World, also das war so für mich der erste, also neben Black Flag natürlich, aber so das erste Mal, wo, wo glaube ich, Assassin's Creed an seine Grenzen gekommen, das war ja auch die Zeit, wo für Konsolen, also Old Gen, Next Gen, damaliger Zeit, das Spiel produziert wurde. Und das ist ja immer so. Genau an diesem, in diesem Wendepunkt hat AC bei Unity und jetzt auch bei Valhalla einfach Probleme, weil zu wenig Zeit investiert wurde, aus vielen Gründen natürlich, klar. Und es ist schade, weil Unity ist wirklich ein schönes Spiel. Bis auf die ganzen Federn in Paris und das ist ähnlich wie bei Black Flag, das war einfach viel zu viel, das macht gar keinen Spaß und du hast dafür halt gar nichts bekommen. Also, das war ein bisschen sinnlos. Zaberbin. this game, if it didn't lean so heavily into co-op, even with the buggy launch, I'd probably have this at the very top. But I can't, I can't, because there's still one game that, yeah, it just hasn't been topped. with the current direction of these games, it probably never will be. So, Freunde, jetzt kommen wir zu der Nummer 1. Ihr seht es schon gleich, ja. Ähm, ich bedanke mich schon mal, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch mal gerne Brotherhood in Capslog, also fett geschrieben, unter dieses Video. Number 1, Assassin's Creed Brotherhood. This, this to me remains the ultimate Assassin's Creed game. It's not just nostalgia. No, I played this in the last year and it was so fun, so fun, that I ended up 100%ing the video game. I completed absolutely all of this 11 year old video game because I wanted to, not because I needed to. It improves on almost everything in Assassin's Creed 2. Ezio has wreaked his peak form and he's an absolute killing machine. He exists to carve up Templars and boy does he. The fantasy of being a fully fledged assassin who works with the Brotherhood to recruit citizens to fight against the Borgias, it makes you feel awesome and powerful. It's also a city game. We're in one place, we're in Rome and this city is incredible. This game proves that great art direction makes a game last a lifetime because somehow the music, the graphics, it feels so authentic without looking all that impressive. There are so many great set pieces, moments that are unforgettable. There's fantastic side content, amazing characters and a focus on the Assassin fantasy. But again, it excels at the power fantasy. The main knock is actually that for Brotherhood. It's that Ezio is too powerful. The game counterkill combat and that's just too easy. Yeah, that's also seen. There's so 7 people zack, 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 zack. Ich war gerade so ein bisschen in der Welt. Ich hätte gerne geantwortet, gerne reagiert, aber es ist halt einfach geile Erinnerung. It feels so goddamn good. The animation hits just the right blend of pseudo-realism and over-the-top B-movie action. Yes, I know Ezio's overpowered. That's why it feels so good. Core mechanics like blending and social stealth are at their absolute height in this game. Again, Rome is a fully realized single city where no stone feels unturned. You get the Leonardo missions, which are still my favorite pieces of side content in the series. This one continues Desmond's story and leans even further into the modern-day conspiracy with the truth puzzles. It still hits that magic blend of modern-day and animus storyline that, yeah, it holds up to this day. You get the best parts of almost every single Assassin's Creed system, every idea in this video game. Brotherhood, it's the quintessential Assassin's Creed experience. In 2021, to this day, this is it. And there you have it. Every single Assassin's Creed game ranked. If you made it to the end, thank you so much for watching. This is my list, of course, but... Ja, danke, JV, auf jeden Fall. Du hast da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, sehr viel Detailreichtum. Jetzt bin ich mal gespannt, was eure Liste ist. Ich hab's ja schon im Video vorab gesagt. Schreibt mal eure Liste in die Kommentare, genau. Lassen wir nochmal zu Ende reden und dann zieh ich mein Schlussfazit. I'd love to know what you guys think about the games. Please give me your ranking of all 12 Assassin's Creed games in the comments section below. I'm really excited to read what you guys have to say. Just a quick reminder, we are still reviewing Brotherhood 1, 2, and Revelations. Those are review videos I haven't made, but I promise I will get to them. It just takes me some time, so I really appreciate you guys' patience and of course your support on this series that we've been doing for what feels like forever now. If you liked this video, be sure to hit the Like-Button and also subscribe, so you don't miss the next one. Also click that bell to get notifications when I upload my next video. Thank you guys. Danke, JV. So much for watching and I'll talk to you next time. Yo, genau. Und das war es von, auch von meiner Seite, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin geschaut habt. JV hat schon alles gesagt, was ich zu euch sagen möchte. Noch eine Sache natürlich. Ich glaube, wenn ich ein Ranking machen würde, würde ich alle AC-Teile mit einbinden. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne, schöne, schöne Liste. Ich hätte einige Sachen nicht so hoch erwartet und auch nicht so low. Origins hätte ich jetzt nicht so hoch bewertet. Ich bin einfach ein Freund von den älteren Teilen. Also ich sage mal Black Flag, AC3, Brotherhood. Das sind so, glaube ich, meine Favorites tatsächlich. Naja, wie dem auch sein. JV hat alles gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall, euch im nächsten Video zu sehen. Danke für diese nice Reaction. Bis dahin. Tschö mit Öl und ciao. Und vau. Was? Hör ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Meht trinken. Auf das wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor. Tschö mit Öl. Ich freue mich auf den Hut. Alles gut. Vielen Dank.